Ich teste heute übrigens die neuen Andrew Wiggins Schuhe von PEEK. Echt ein netter Sneaker, reiner Indoor-Schuh. Der ist schon ziemlich gut, auch hier bei dieser etwas staubigen Halle. Also echte Empfehlung, 139 Euro Kostenpunkt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit dem Rabattcode MrMike bekommst du 10% auf alles, auf alles. Check einfach mal aus, PEEK ist am Start. Echt, echt sehr, sehr nice. Jo, wie ist MrMike? Heute mit Marvin hier am Start. Und heute der Titel, besiege Marvin und gewinne 100 Euro. Die wird gesponsert von MrMike Production. Best of free, aber natürlich auch gegen einen Gegner in seiner Kategorie. Also jetzt nicht nur 2,20 Meter Menschen hinstellen, ist natürlich beschissen. Wie groß bist du? 1,85. Kilogramm? 82. Ha, also so in dieser Statistik muss man natürlich ja antreten, verstehst du. Aber zur Zeit natürlich auch ein bisschen schwierig. Ihr wisst ja, Corona-Lage, was weiß ich. Müssen wir natürlich schauen, wie es läuft. Unten Kontaktdaten, alles verlinkt, checkt aus, schreibt Marvin an. Marvin sucht sich einen Gegner aus. Bin gespannt, wer ihn besiegt, weil Marvin hat echt was drauf. Und mal schauen, wie fit er heute ist. Ich jetzt hier nicht aufgewärmt auf seinen Heimkorb. Mit seinem Ball wollten. Nicht unten in der Videobeschreibung verlinkt wird, der nicht so toll ist. Ich finde den auch nicht so toll, aber... Wir haben ja nichts anderes gemacht. Wir spielen bei 16, oder? Echt? Machen wir 11, oder? 11, mit Rebounds. Machen wir bis 16 ohne Rebounds. Das haben wir noch nie gemacht, sehr gut. Make it, take it. Ähm, mach mal make it, take it. Mach wer ja mal. Dann mach mal das Loserball. Was? Loserball? Loserball, hast du quasi, nach dem Punkt kommt andere dran. Sollen wir das machen? Du, ich... Du darfst doch entscheiden. Nein, 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 nein. Make it, take it. Mach es, ich schreibe mal. Mach es, ich schreibe mal. Mach es, ich schreibe mal. Du hast den pick, äh, von pick Luke Williams. Wie heißt der? Wiggins. Riggins. Okay. So, mit meiner Fall ist schön. Ich... Ich würde die Performance platzieren. Ja, voll. Ja. Ja. So, ich... Ich... Das ist das gefährliche mit Marvin, habt ihr gesehen, ich bin aber auch langsam, du gehst zu nahe hin, er ist vorbei, bist zu weit weg, er ballert und trifft halt. Der macht immer auf Alter, aber ich bin auch schon 31. Ja, sonst macht der auch Unterschied. Aber du bist schon schnell. Ohne Ribbon ist es echt, das macht so langsam alles. Das ist gut. Das ist gut. Der muss. Ah, weiß. Der muss. Der muss. Das ist gut. Der muss. Der muss. Das muss. Das ist das. Das ist ein Fouls. Nichts. Nächster. And one. Fünf, zwei. Acht, zwei. Nächster. 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 Vai, vai, vai. Nächster. 6 Sekunden. Was willst du machen? Wir verteidigen. Aber ein Wurf geht auch nicht rein. Aber die Verteidigung kriegst du den Ball nicht, wenn du nicht gut verteidigst. Wenn du in der Defense kacke bist, kriegst du den Ball nicht wieder. Das ist deshalb beim 1 gegen 1. Was willst du machen? Das Basketball. Marvin ist ein guter. Wie gesagt, holt euch 100 Euro ab. Labert nur. Spiel bessere Defense. Viel Spaß. So sieht es irgendwie aus. Danke dir. Peace. Amo 1. Im Promne. High Chief Conduction. Ich steigere weiter meine Kraft, bis ich nichts mehr spüre. Bekämpfe meine Feinde, bis sie alle schweigen. Ich übte Tag und Nacht. Und was hast du gemacht? Außer Party Alarm geht hier nicht grad viel ab. Gebrauche alles das, was in mir tief verborgen die ganze Zeit da war. Ich mache mir keine Sorgen, über die Art und Weise, in der ich Rappern preise. Ich laber keine Scheiße, oder nur steht das Gleiche. Ich mache mir Gedankenreise, während ich meditiere. Danach geht's wieder weiter, bis an mein Lebensende. Hab ich mich dem verschrieben, ich werd nie wieder gehen. Manche können das nicht glauben, weil sie es nicht verstehen. Brut mich das alles mache, bleibt meine eigene Sache. Ich trete nicht an gegen Schwachen. Rapper mit großer Klappe, ich übe lieber hier weiter. Zusammen mit Infame. Und game. Fick auf das Game. Prefiero porcer an a mi, no meysen. Sobrevivir no es ley, destierro las enseñanzas de tus sensei. Sentencia la sonrisa de una gaysa y su abanico. Manejo el filo invertido y constancia gomamo reinse. Pensáis abandonar, preguntaros por qué empezasteis. La victoria es un camino, una opción en el combate. Soy un assassino, nashidrama sin casi mancharme. Ni pasaré en la pila cicatriz, el trazo de Irako Seiger. Técnicas Ronin, ritual de tu suicidio. Nuestro dolor no es real, tu miedo tampoco es ficticio. Incision al indeciso, así me sacio. Para tu dueño no eres libre, para mi no tendrás precio. High Chief Alcor te aporta parte de la euforia. Siendan de cerca la gloria para que os deje ese sueño. La envidia y su trayectoria domina tus pensamientos. Si tu maestro es bueno le corriges al segundo día. No estáis atentos. Sonido de culpado. Vielen Dank.